Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Online-Lesung Geschichten aus den Bergen von Huckland, deiner Lesungsreihe mit Kilian, dem kleinen Kuhkönig und seinen Freunden. Ich bin Mario Mietich und lese für dich hier jeden Sonntag eine Tiergeschichte rund um das positive Denken. Heute habe ich dir eine ganz besondere Fabel mitgebracht. Wir begleiten den kleinen Leon bei einem spannenden Fußballspiel und lernen, dass es ganz wichtig ist, die Dinge gemeinsam anzupacken. Ich wünsche dir viel Freude bei der Lesung. Gemeinsam sind wir stark. Eine Ameise krabbelte auf den längsten Grashalm am Rande des Fußballplatzes. Sie schlürfte den Morgentau und fiel herunter. Auf dem Platz ging es zur Sache. Leon rannte auf das Tor zu. Er kickte den Ball weiter in den Strafraum. Plötzlich baute sich Oskar vor ihm auf. Gib ab, hörte er seinen besten Freund Kalli rufen. Leon überlegte einen Moment. Dann schoss er gerade auf Oskars Beine. Der Ball sollte durch sie hindurchrollen. Doch Oskar schloss seine Knie, stoppte den Ball mit einer geschickten Bewegung und passte ihn zu einem Mitspieler. So ein Mist, fluchte Leon, obwohl er wusste, dass es seine Eltern gar nicht mochten, wenn er das Wort sagte. Dann schrillte die Trillerpfeife über den Platz. Aus, eins zu eins, unentschieden, rief der Trainer Thorsten. Leon senkte den Kopf und bemerkte, wie Kalli zu ihm gerannt kam. Auch er sah nicht gerade begeistert aus. Leon, gib doch mal den Ball ab. Ich stand total frei. Ja, sorry, ich hab dich nicht gesehen, murrte Leon. Ja, ja, ich hab doch sogar noch gerufen. Leon, wenn du nächste Woche genauso spielst, verlieren wir das Spiel gegen die Goethe-Schule. Leon ignorierte Kalli und hastete zu den Fahrrädern. Jetzt warte doch mal, rief ihm Kalli hinterher. Doch Leon saß bereits auf dem Fahrrad und steuerte nach Hause. Auf ihn wartete eine Aufgabe. Das Haus war verlassen. Noch. Denn schon bald würde Mama nach Hause kommen. Am Kühlschrank klebte ein zitronengelber Zettel. Auf ihn hatte Mama etwas in großen Druckbuchstaben geschrieben. Bitte Postbotentür öffnen. Der Postbote Klaus würde ein schweres Paket bringen. Leon sollte ihm nur die Tür öffnen und Klaus das Paket neben den Schuhschrank stellen lassen. Mama hatte gesagt, dass Papa es dann die Treppe hinauftragen würde. Leon schmiss den Rucksack in die Ecke, schlürfte in sein Zimmer und widmete sich seinem Lego-Stadion. Ein echter Nachbau der Arena, in der er am Wochenende mit Papa war. Plötzlich klingelte es. Leon trampelte die Treppe herunter und öffnete die Tür. Klaus war ein großer Mann mit Stoppelbart, einem kleinen Bauch und einer lustigen Stimme. Papa kannte ihn schon lange und auch Leon mochte ihn. Ein Päckchen für deinen Papa, lachte Klaus. Das Paket in seinen Händen war wirklich recht klein. Leon könnte es sicher tragen. Ja, ich nehme das, antwortete Leon und breitete seine Arme aus. Nein, 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 junger Mann. Dein Vater hat gesagt, dass wir beide das hier neben den Schuhschrank stellen. Klaus hiefte das Paket an Leon vorbei und setzte es in den Flur. So, und das lässt du schön da liegen, bis deine Eltern wiederkommen, ja? Leon nickte stumm. Tschüss, Leon, winkte Klaus und schon war er in seinem gelben Auto verschwunden. Leon betrachtete die Lieferung am Boden. Ich schaffe das allein, sagte er halblaut, Beugte sich über das Paket und zog es mit aller Kraft nach oben. Es fühlte sich an, als wäre es mit Steinen gefüllt. Das Ding hob einen winzigen Spalt vom Boden ab. Dann sackte Leon über der Lieferung zusammen. Auf einmal hörte er hinter sich ein Schließgeräusch. Leon hing immer noch über dem schweren Teil, als seine Mutter in der Tür stand und fast die Einkaufstasche fallen ließ. Leon, Schatz, das Paket ist viel zu schwer für dich. Komm da runter, mein Engel. Ich habe dir doch gesagt, dass Papa es nach oben trägt. Leon. Papa trug das Steinpaket dann auch nach oben und Leon musste sich einige scharfe Wurte anhören. Leon, du solltest dem Postboten nur die Tür öffnen und es Onkel Klaus neben den Schuhschrank stellen lassen. Nicht mehr. Und was hast du gemacht? Ich wollte es nach oben tragen. Und was hätte da passieren können? Ich hätte mich verletzt. Genau, Leon, du bist ein starker Junge und es ist gut, dass du mit anpacken möchtest. Nur einige Dinge sind einfach noch zu schwer für dich, mein Junge. Manchmal ist es auch gut, wenn du andere etwas machen lässt. Leon blickte auf seine Füße und nickte. Entschuldigung. Leon folgte seinem Vater in den Garten. Dort stand eine Buche, die mindestens doppelt so alt war, wie das Haus, in dem Leon wohnte. Papa hockte sich vor den Stamm und suchte die Wurzeln ab. Da staunte er schließlich. Schau, Leon. Leon ging ebenfalls in die Knie und sah, was sein Vater gefunden hatte. Am Fuße des Baumes rannten tausende Ameisen durcheinander. Jede Ameise weiß genau, wo sie hin möchte, bemerkte Papa und zeigte auf einen Butterkeks, der sich wie durch Magie bewegte. Da hat wohl jemand im Garten gekrümelt. Leon sah in die andere Ecke des Gartens, so als fühle er sich nicht angesprochen. Schau, Leon. Ameisen arbeiten perfekt zusammen. Ein Tier alleine würde unter dem Keks zerbrechen. Aber gemeinsam sind sie stark und können selbst die schwersten Dinge tragen. So ähnlich ist es auch bei uns Menschen. Gemeinsam sind wir einfach stärker als alleine und sich helfen zu lassen ist vollkommen in Ordnung. Leon war so fasziniert von der Stärke der Insekten, dass er seinen Blick gar nicht lösen wollte. Doch dann sah er seinem Vater in die Augen. Du hast recht, Papa. Gemeinsam sind wir stärker. In diesem Moment wusste Leon noch nicht, was dieser Satz bewirken sollte. Schließlich war der Tag des Wettkampfes gewonnen gekommen. Der Tag, an dem Leon und seine Mannschaft der Goethe-Schule gegenüberstanden. Gleich nach dem Anpfiff machte die Goethe-Schule Druck. Theo, der Torwart, legte eine Glanzparade hin und fing einen gefährlichen Torschuss ab. Dann kam Leons Moment. Er lief sich im Strafraum frei, stoppte den Ball mit einer sauberen Flanke und schoss den Ball in die linke Ecke. Tor. Doch die Freude war nicht von langer Dauer. Denn die Goethe-Schule raste plötzlich auf das Tor zu. Torwart Theo und auch die Abwehrspieler standen wie angewurzelt da, als der Junge von der Goethe-Schule den Ball in das Tor köpfte. Eins zu eins. Es wurde spannend. Das Spiel ging nur noch zwei Minuten. Leon sprintete mit dem Ball in Richtung des Tores. Kalli rannte neben ihn. Der Abwehrspieler baute sich vor Leon auf. Einen Moment, dachte Leon daran, den Ball durch seine Beile zu spielen, wie im Trainingsspiel. Doch dann erinnerte er sich an Papas Wurte und die Ameisen. Gemeinsam sind wir stärker als alleine. Leon sah zu Kalli, der sich frei lief, und schob ihn dem Ball zu. Kalli schmetterte den Ball in das Tor. Der Torwart war machtlos. Zwei zu eins. Die Schiller-Schule hatte gewonnen. Als die Jungs nach dem Abpfiff feierten, klopfte Leon seinem Freund auf die Schulter. Starker Schuss, Kalli! Starker Pass! grinste Kalli zurück. Du hast den Ball richtig gut abgegeben! Nun ja, sagte Leon verlegen. Zusammen sind wir eben stärker als alleine. In diesem Moment krabbelte eine Ameise auf den längsten Grashalm des Fußballplatzes. Sie schlürfte den Morgentau und streckte sich auf der schmalen Spitze in die Höhe. Wenn sie fallen würde, sind da hunderte Ameisen am Boden, die sie auffangen. Ja, gemeinsam sind wir einfach stärker als alleine und können wunderbare Dinge bewegen. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat und du mehr Tiergeschichten rund um das positive Denken hören möchtest, dann abonniere einfach meinen YouTube-Kanal und erhalte jeden Sonntag um 16 Uhr eine neue Tiergeschichte rund um das positive Denken. Klick dazu einfach auf Abonnieren, auf Subscribe oder auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Nächste Woche sehen wir uns hier wieder um 16 Uhr auf meinem YouTube-Kanal mit einer neuen Tiergeschichte. Dann geht es um die Biene Bella, welche lernt, dass es sich durchaus lohnen kann, fleißig zu sein. Ich freue mich schon, dass wir uns nächsten Sonntag, den 5. Juni um 16 Uhr hier wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche, noch einen schönen Abend. Denk positiv und bis nächste Woche viele Grüße aus Frankfurt-Berkersheim von Kilian und deinem Mario Mietisch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020